Lassen Sie mich mit einer interessanten Geschichte über das Kraut aus dem traditionellen Märchen beginnen. Der traditionellen Geschichte zufolge wurde das echte Mädelsüß zum ersten Mal auf der Insel Zypern gefunden, wo die schöne Liebesgöttin Aphrodite geboren wurde. Aphrodite wurde aus Meeresblasen geboren und kam mit Seifenblasenspitzen zu den Bewohnern der Insel. Aus diesen am Ufer abgesetzten Seifenblasen entstand das duftende Kraut. Was gibt es sonst noch über dieses Kraut mit dem süßen Duft zu wissen? Medaquin ist ein Mädelsüß-Extrakt, das nicht nur antioxidativ und entzündungshemmend wirkt, sondern auch eine Hautaufhellende und mikrobiell-antibakterielle Wirkung hat, die zur Verbesserung des Hautbildes beiträgt. Kürzlich wurde festgestellt, dass der Wirkstoff der Mädelsüß-Pflanze Entzündungen heilt, indem sie die Histidin-Dekarboxylase hemmt, eine Substanz, die die Bildung von Histamin in unserem Körper fördert. Mädelsüß gilt seit langem als Nutzpflanze und wird seit Jahrtausenden als Hausmittel zur Heilung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Mädelsüß wurden nicht nur als Kräutertee, sondern auch für kosmetische Zwecke zur Behandlung von Haut und Akne verwendet, da es eine ausgezeichnete antibakterielle, feuchtigkeitsspendende und adstringierende Wirkung hat. Werfen wir also einen genaueren Blick auf dieses mehrfach wirksame Produkt. Die Medoquine enthält Rosmarinsäure als Wirkstoff. Rosmarinsäure ist eine phenolische Verbindung, die in den Bereichen Immunsuppression und Entzündungshemmung aktiv erforscht wird. Außerdem wird ihr eine antioxidative Wirkung nachgesagt, die für das Anti-Aging unerlässlich ist, sowie eine antialergische Wirkung zur Heilung der atopischen Dermatitis. Freie Radikale entstehen, wenn sie äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung und Stress ausgesetzt sind, wodurch Hautzellen und Hautgewebe geschädigt werden. Durch die ständige Einwirkung von oxidativem Stress werden die Ketten von Kollagen und Elastin, das heißt die elastischen Fasern, unterbrochen, was dazu führt, dass unser Körper die Melanin-Produktion anregt oder die DNA beschädigt, was wiederum die Hautalterung beschleunigt. Bei der Prüfung der Radikalfängeraktivität wurde bestätigt, dass mit steigender Konzentration der Medoquin auch die Hemmaktivität zunimmt. Bei der künstlichen Behandlung von Wasserstoffperoxid in Fibroblastenzellen und der maximalen Induktion von oxidativem Stress wurde festgestellt, dass Medoquin diesen oxidativen Stress auf 63,8% reduziert, was seine herausragende Wirksamkeit gegen Oxidation bestätigt. Unsere Haut ist der erste Schutzwall, der unseren Körper vor äußeren Reizen bewahrt. Aber wenn eine Entzündung durch einen äußeren Reiz verursacht wird, führt unsere Haut eine Vielzahl von Aktivitäten durch, um sie zu verteidigen. Eines der Hauptphänomene zum Schutz der Haut ist die Heilung und Beseitigung von geschädigten Gewebe, aber es kann auch zu einer Schädigung des normalen Gewebes führen. Bei der künstlichen Herbeiführung der Entzündung und der Behandlung von Medoquin auf Immunzellen wurde festgestellt, dass es die Produktion von Stickstoffmonoxid um 25,3% hemmt. Der Substanz, die das Signal der Entzündung überträgt, Melanin, eine Substanz, die bei UV-Bestrahlung für die Pigmentierung verantwortlich ist, wird durch Oxidation in Melozytenzellen in der unteren Schicht der Epidermis unserer Haut gebildet. Um diese Melaninsynthese im Detail zu erklären, wird Tyrosin im Melanosom, dem endoplasmatischen Reticulum innerhalb der Melozytenzellen, zunächst in Dopa und dann durch das Enzym Tyrosinase in Dopachinon umgewandelt, das dann durch Oxidation und Enzymreaktion in Dopachrom umgewandelt wird und schließlich Melamin erzeugt, das den Tarn der Haut verdunkelt und Sommersprossen und Hautunreinheiten verursacht. Es wurde bestätigt, dass Medoquin die Haut aufhält, indem es die L-Dopa-Synthese hemmt, eine Reaktion, die Melamin produziert. Unserem Forschungszentrum zufolge hat Medoquin auf eine antimikrobielle Wirkung gegen Staphylococcus und Escherichia goni, schädliche Mikroorganismen, die auf der Haut leben. Mit unserer Medoquin könnten Sie der Held dieser traditionellen Geschichte sein. Genießen Sie Ihre gesunde und pflanzende Haut mit unseren traditionellen Kräutern aus Schottland.